live online online hallo ich habe gehört adam soll das jetpack kriegen aber ich habe ich nicht gehört ich habe ein comment gesehen da stand da nein marco soll oder marco soll jetzt müssen hier kurz aufklären bisschen ich glaube wir haben einen neuen nether bekommen ich schaue rein weil wir haben es ein bisschen verkackt mit den ganzen dem ganzen update rumgekacke ich komme ich hoffe also wahrscheinlich ist er neu wir wissen es nicht genau und und scheint neu zu sein oh verdammt ich bin fast da reingefallen alter schade da machen wir gleich mal hier gott ich hab das gar nicht gesehen ich bin da dran vorbeigesteuert und ich stand genau ja okay ja wir haben eine neue nether weil heute irgendwie das update gekommen ist und wir haben ab wir wollten updaten und irgendwie hatten wir dann nur noch unser unsere safe map also wir haben noch alles außer der nether der ist halt ja ich muss jetzt quasi noch mal eine mine bauen aber sonst ist alles okay wir haben versucht auf 131 abzudaten irgendwie hat das nicht so geklappt und jetzt aber doch die alte version oder ja ja take it auch meine musik ist noch total laut ja schon musik machen wir den cage warum hängt da ein baum in der luft den habe ich letztes mal abgebaut nein ich habe den boden unter ihm abgebaut weil ich doch hier die halle hin bauen will wegen unserem kraftwerk ich muss hier mal ein paar einstellungen vornehmen und du musst ins gewächshaus und adam ich baue uns mal diese neuen öfen oder also ich tue ein bisschen upgraden jetzt zu diesen die ganze zeit strom fressen ich habe nichts gefragt warum der baum in der luft ist aber dass die ganzen transistoren und batterien dinge hat in der luft schweben das ist dir nicht aufgefallen also ja sowas frage ich gar nicht mehr ich muss hier mal ein ding ein bisschen einstellen meine einstellung weil ich sehe gerade das hat es mir auch alles geschrottet ja stimmt also 08 hier könnt ihr gleich mal sehen was man hier so alles einstellen kann ich erkläre da jetzt mal nicht so viel wolkenhöhe weg damit seht ihr schon hier rauf runter rauf runter rauf runter rauf runter runter ok gleich schlitz ab sky bla 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 brauchen wir auch nicht den schmarrn animationen alle an performance brauchen wir nicht brauchen wir nicht verkauf performance weather on fullscreen bla 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 texture pack brauche ich nicht auch verdammt jetzt haben die leute gesehen dass ich dieses komische cartoon texture pack drauf habe und es leckt wie hölle was habe ich dir jetzt eingestellt also die folge heißt eindeutig dann adam verplans mit den einstellungen ich habe gerade irgendwas eingestellt was eine herz hat er extrem drin extrem extrem okay adam ich nehme den basalt und ich baue das hier aus basalt ich habe keinen weed ex mehr jetzt hast du scrap jetzt kannst du dir das neue zeug bauen das waren zellen irgendwas was dir hilft glaube ich war das wir haben zu viel cobblestones schalt mal oben an müsste gleich an sein ah verdammt es tut mir leid es hat mir alles kaputt gemacht ich habe so einen cheat mode wieder drin das gibt es ja nicht jetzt habe ich mir einen weed ex hierher gecheatert moment dann war ich irgendwo ein lavasee oder ein kaktus kaktus ist hier kaktus ja ich werfe ganz ich werf es ganz brav rein so ich wollte eigentlich nur das rezept dafür sehen ah genau so was soll ich anschmeißen das ding ist da oben das läuft nicht natürlich läuft das nein da sind keine stunten ja weil nix volles doch ist voll ach so warte mal muss ich da jetzt rein ach dann läuft der ding ja gar nicht ja ich glaube durch das updaten hat es auch alles zerbumst immer diese stress alter ist es hier dunkel oh gott ach ich habe vergessen wasser da rein zu machen das erklärt das dem frist war immer noch strom gell ach so ja das ist ja der umwandler warte mal ich geh mal da runter ok pass auf shift hilft da nix ich weiß ich sehe dich schon sterben ich sollte dir eigentlich einen jetpack bauen ja aber nein mal keine circuits wie machen wir das da jetzt das bestimmt ganz viele diamonds oder viele diamonds könnte schon sein vielleicht ein paar paar sind da bestimmt dabei irgendwie hat das updaten ja uns total durcheinander gebracht ja aber echt seine katastrophe so dann baue ich das mal hier um ist das schon heller ja ist es ich glaube ich gewöhne mir jetzt an immer zu singen während ich baue oder was mache da wir dafür werbung irgendwie nicht bezahlt werden damit obwohl ich schon hunger hätte auf hier könnte ihre werbung stehen ja wir haben jetzt die recycler oben gell dann übertreibe ich es mal so richtig von der größe her mit dem abbauen vom vom ja stimmt kannst du eigentlich machen weil ganz unwichtige zeug kann ja eh verschwinden aber trotzdem ist es hier irgendwie ich baue das jetzt ein bisschen verschwenderisch aber das wird cool sein glaube ich wir könnten doch glas herstellen und verdammt es heute ist irgendwie kein guter tag ich sehe auch noch ich bin noch in skype drin hat es gerade gedingelt ne noch nicht das haben auch die leute noch nicht gesehen aber ich bin noch drin ach so stimmt das raps nimmt ja nur hier dinge auf ne ja glück gehabt da hat er ein glück gehabt hoffen wir mal lukas findet nicht heraus dass ich in skype bin er ist der erste gleich nimmt er gerade auf ja hoffen wir mal hoffen wir mal falls er uns anschreibt sagen wir seine handynummer durch oder so ja mann als strafe so dann wie doof ich gerade bin ich habe gerade ungefähr fünfmal hintereinander versucht den selben block hinzubauen und habe ihn immer daneben gesetzt ja wir waren heute auch schon wieder in der unten und wir haben nichts gelernt bisschen aber nicht genau so dumm wie davor wer sagt das die abschlussprüfung so ok diesmal darf ich das wasser nicht vergessen ja dann was hältst du davon komm mal raus ja warte warte ich baue mal schnell den schmarrn damit das hier abbaut uno momento oh gott hier liegt auch du brauchst dann eh gleich keinen strom passt schon warum mach ich keinen strom warum mach ich das ding abbau aber ich wollte so richtig übertreiben jetzt an der größe ja das ist scheiße warte was baue ich jetzt nochmal strainer oder weil ich baue dann erstmal kurz das kraftwerk noch aus oh gott ich hab das auch noch drin okay wo ist der kaktus also zur erklärung wir haben auch heute ähm äh unser attack kit selber geupdatet moment wie macht man das nochmal äh ob's ne du machst das ding auf e ahja cheat mode rezept mode ok ja ich hab's ja das ist total erschwassen das müsste jetzt passen oder ja jetzt krieg ich das rezept ok jetzt hast du mir zwar nicht zugeschaut wie ich das in kaktus geworfen hab aber ich hab's in kaktus geworfen wir vertrauen dir wir vertrauen dir wir vertrauen dir solange da nicht gleich 64 water strainer erscheinen hallo ich hab schon mal voraus gebaut ja jetzt sind wir schon mal fertig hier wir haben unser kraftwerk es hat 128 eu jetzt das wäre saulangweilig eigentlich stocken das ja auch weil es uns spaß macht oh stimmt mir fällt aber auf äh dings ist drin ähm was denn die nether ores kann man jetzt halt achso jetzt sind sie wieder normal drin gell aber egal ja gut das stellen wir jetzt nicht mehr wieder um ja da muss ich weniger farm wir benutzen eh schon nicht den cheater mod den stellen wir diamonds aus nichts her mod ja stimmt das wollten wir ja irgendwo mal zeigen ja das können wir echt mal zeigen mach mal so ein nebenvideo mal oder so fürs wochenende vielleicht äh so aber das wochenende also das seht ihr ja glaub ich ein bisschen verzögert das heißt wir sind das wochenende dann auf der minecon ja man denn paris in der stadt der liebe sie soll ganz schön stinken die stadt soll abgefuckt sein und stinken äh ich bin zu voll gestopft schon wieder äh du bist immer noch nicht schau nochmal kurz raus jetzt habe ich es gerade so schön gebaut ja warte kurz warte kurz warte kurz ähm ach das weg cobblestone so wie baue ich jetzt nochmal strainer jetzt habe ich es gerade wieder verplant strainer watermill generatoren baue ich dafür und generatoren brauchen batterie öh öh iiii arbeit öh iiii wie viel brauche ich dann nochmal dann brauche ich eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht acht stück brauche ich ok oh gott oh gott das geht schief das geht schief ach generatorin warum verbindet sich das jetzt nicht wieder was kaputt gemacht hallo ich mag diese landmarks hängt ja nicht die regen mich auf das ist an die ecke bauen ja ja das auch aber jetzt perfekt so adam komm mal hoch jetzt darf man das jetzt ach so ja zeigst jetzt was was ich gemacht habe noch ja warte ich stecke noch ganz kurz an moment 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 der flug wie gesagt uni tut irgendwie nie gut strom kommt von robben das war eins receive ja chicken an frequenz zwei receive no kommt saft an oder hast du grad was abgesteckt saft kommt an ahja da ist saft ok irgendwie sieht das hier echt schlimm aus langsam ähm magst du mich aber morgen erinnern dass ich hier wasser drüber schütte nach dem schlafen wasser ja ich hab grad wieder wasser vergessen da unten und denn ich hab's grad verkackt seh äh irgendwie hat sich hier alles ein bisschen kaputt gemacht bei uns könnte es sein kannst du sagen dass wir ein bisschen ältere version grad am laufen haben ne ne glaub ich nicht ok vielleicht hat auch ein enderman einfach nur dings wieder geklaut oh sehr schön sehr schön irgendwie sowas schon oder ja bei da können wir dann achso hier das ja also keine ahnung ich hab mehr ein bisschen abwechslung und so hoppala kannst du auch clean stone hernehmen kann nicht schaden also clean 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 basalt clean clean ja das hat ja stimmt das habe ich auch schon überlegt also boden das ist nicht so langweilig ja das kann ich ja noch austauschen aber gut damit die leute sehen wir haben wenigstens was gemacht ja machen wir schlafen und sonst sind nicht so die sachen kaputt gegangen sind tausend mal zur kiste gerannt und so bla 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 zu können. Gute Nacht, Marco. Gute Nacht, Ada.